hallo in die runde ja ist wieder ein bisschen was durcheinander die moni gruber wurde kritisiert simoni gruber kennt ihr da alle bestimmt als kabarettistin tolle frau kann es nicht meckern weil sie auch mit 50.000 kilometer mit dem suv wird immer wieder betont ist ja verständlich mit dem elektro kann wusste wo nicht so weit kommen vor allem nicht so schnell und dann hat sich nature office oder so ähnlich hat sich denn da gemeldet und man wenn man bei ihnen da in abo abschließt kriegt man da einen baum gepflanzt in afrika ich frage mich warum so erst die bäume abpacken afrika für kobalt und so weiter und dann pflanzen sie ja die bäume nicht in dem land wo sie das ausgraben zeug denn pflanzen sind woanders aber naja und von diesen geldern die hier als co2 abgabe kommt wird natürlich da auch den leuten beigebracht dass die klimakrise ihnen das essen raubt mädel da musste wohl nach der schule gehen und die hat immer auf der nachhaltigkeit rum ja also ich will mal so sagen ich bin ja nun mit mir sitzen alter schon ein bisschen weiter fortgeschritten und als ich nach der schule gegangen bin da war nachhaltigkeit noch modern auch bestimmt bei der moni gruber denn ich habe in der schule noch gelernt einen knopf anzunähen oder ein reißverschluss auszutauschen oder wir haben gemeinsam wimpel aus stoffresten genäht eine schnur und das nächste war denn wir haben wie soll ich sagen socken gestoppt kennt ihr das noch über so ein pilz nachhaltigkeit jedenfalls meinte die maus davon dieser komischen wo ich nicht denken oder was nachhaltigkeit wäre ja begriff der wäre schon 1905 im lexikon aufgetaucht ja und käme aus der forstwirtschaft aber nicht dagegen ist ja so und geht noch weiter zurück ja vollkommen richtig irgendwo in der oder in niedersachsen war ein bericht über ein forstbetrieb der schon seit 1700 und buch geführt hat wie viel holz raus wie viel nachgepflanzt worden ist und so weiter das ist nachhaltigkeit und die generation die das anpflanzt ernten sowas nicht weil die förster sind diejenigen die am nachhaltigsten sind danach kommen die landwirte und irgendwann eine ganze weile ja nichts denn kommen wieder ein paar andere und denn wo gar nichts mehr kommt kommen die klimakleber die kleben sich mit industriekleber auf die straße haben neilungwesten an haben plastik schuhe an weil sie ja gegen tiernot sind und so weiter und so weiter aber wenn man zurückdenkt wie nachhaltigkeit war so gewesen also ich kenne es noch so da wurden wurde alles von tieren verwertet unter anderem auch wurde die knochen und die rückstände wurden denn verkocht versetzt und so weiter und was hat man daraus gemacht knochenleim wenn man vorschlag für die klimakleber die sich heute auf die straßen kleben knochenleim zu verbinden einmal die hand in den eimer getaucht und dann auf die straße wird wird eine erfahrung sein die sie nie wieder vergessen werden ihr wisst was ich meine also nachhaltigkeit sind nur die die was tun für die natur die nur spenden sammeln oder irgendwelche likes sammeln wollen und andere kritisieren weil sie gegen diese goji beeren und avocado und so ein plunder vorgehen oder dagegen wettern die haben schon ganz recht denn regional kann man sich auch ernähren und wisst ihr dass zum beispiel vitamin c quellen früher also noch vorm krieg also keine orangen waren also vorm ersten großen krieg als die orangen noch nicht so die orangenheine in niedersachsen noch nicht so die dienen sind dass man sie da mit vitamin c aus den äpfeln geholt hat die man hier geerntet hat oder aha richtig aus der silage nie wir fressen keine krass die lage also ihr klima treter horch mal genau zu weißkohl mit salz angerichtet luftdicht verpackt milchsäurebakterien und wenn es eine silage entsteht sauerkraut man kann es als saft trinken man kann nicht auch essen und 100 gramm sauerkraut hat mehr vitamin c wie eure orangen aus der wies ich woher welt flogen oder mit dem großen schiff gekommen denkt nachhaltigkeit funktioniert nur wenn man mit was man hier produziert verzehrt oder wie beim wald den vernünftig bewirtschaftet bauholz rausgewinnen möbelholz rausgewinnen alles was man nicht verbrennt speichert co2 in norwegen da müsste man vielleicht nachgucken da gibt es eine stabkirche die wurde um 900 gebaut die steht heute noch also ist co2 war damals die bäume gebunden haben heute noch gebunden nachhaltigkeit denkt dran ihr klimakleber erst überlegen bevor er den maul auf macht ganz einfach der bauer aus dem mark